Ich freu mich, dass ihr bezahlreicher erschienen seid. Es ist echt emotionell. Ich freu mich, dass ihr bezahlreicher erschienen seid. Und später was auszuprobieren. Du hast Angst, jemand anderes zu sein. Und redest es dir ein. Und keiner weiß, was in einem steckt, wenn du es nicht selber weckst. Du hast Angst, die Maske abzulegen. Und anderlein war es ich zu zeigen. Du hast Angst, dich zu präsentieren. Ja, 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 ja! Es könnte dir ja was passieren. Auf meiner Weise! Was in einem steckt, wenn du es nicht selber weckst. Du klagst, den Job will dir der Kick und du kommst nicht weiter, kein Schlaf. Du übersteckst dich in der Sicherheit, Angst vor Neuem, oh Angst vor Neuem, oder Kriegheit. Und keiner weiß, was in einem steckt, wenn du dich selber wechseln, wechseln, wechseln. Es war zwei Stunden von mir und deine innere Stimme ignoriert. Alles von dir wegzuschieben. Wenn du mich selbst liebst, wenn du dich selbst liebst. Was ist los? Keiner weiß. Was ist los? Keiner weiß. Was sind wir schreckt? Hältst du es mal lieber? Hältst du es mal lieber? Wir sind weg. Keiner weiß, was in einem steckt. Beine stecken euch zu viel.